Hallo meine Lieben, hier ist die Hasret. Vielleicht kennen mich einige von euch unter dem Namen Chakilauf auf Instagram. Ja, jetzt sitze ich hier und drehe dieses Video. Warum drehe ich dieses Video? Und zwar, weil ganz viele meiner Freunde und meiner Familie und auch ganz viele auf Instagram mir viel Zuspruch geleistet haben, ich soll es mal mit YouTube versuchen. Eines sei gesagt, es ist absolut gar keine Spontanaktion hier. Es kostet mich so viel, Überwindung hier mit der Kamera zu reden. Und es ist einfach eine lang geplante Sache. Es soll halt um Fashion und Beauty gehen. Ich teile nämlich gerne Tipps und Tricks in meiner Freizeit über Fashion und auch über Beauty. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Dieses Video soll kurz und knapp werden. Ich wollte mich kurz vorstellen und euch natürlich sagen, dass ich über Fashion und Beauty berichten möchte. Und jetzt hoffe ich auf eure Unterstützung und ganz viel Anregung von euch, über was ich die nächsten Videos machen soll. Ihr könnt ganz spezifische Themen nennen, zum Beispiel deine Make-up-Sammlung oder deine liebsten Lippenstifte. Und das war es auch eigentlich schon. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Ich verabschiede mich. Eure Chakilauf! Tschüss!